Moin Leute, herzlich willkommen zu den neuen T-Gamer News Hashtag 4 auf meinem Kanal. Ja, das ist gerade jetzt ein bisschen bitter, weil ich die gerade eben fertig aufgenommen habe, aber Audacity mein falsches Mikrofon ausgewählt hatte. Und zwar das von der Webcam. Jetzt darf ich alles nochmal aufnehmen. Und ich habe ziemlich geragged in den News. Yay. Und ja, meine Laune wird auch jetzt auch nicht besser. Die wird jetzt so bleiben eigentlich. Weil die News wird jetzt ein bisschen debris, das habe ich da auch nämlich auch gesagt gehabt. Und zwar, weil meine letzten Videos überhaupt nicht gut ankamen. Das eine Video hat sogar nur ein Like und das ist das von mir. Und 10 Aufrufe. Dann merke ich wieder, wie viel Mühe ich mir geben muss für meine Videos. Klar, es ist gerade warm draußen sehr und bei mir ist es überhaupt nicht warm irgendwie. Ich bin die ganze Zeit im Haus, weil ich keine Freunde habe und nichts zu tun und die ganzen Ferien dazu über nichts gemacht habe eigentlich. Außer Fahrschule. Und ja, das finde ich jetzt halt ein bisschen scheiße. Die letzten News kamen vor vier Wochen. Das tut mir leid. Ich wollte euch öfter News bringen, aber ich habe halt nie Bock aufzunehmen. Jetzt muss ich das halt mal aufnehmen, weil halt nach vier Wochen sollte man mal wieder eine News bringen, wenn man es schon macht. Und ja, es kamen sieben, ne sechs, so haben wir gar nicht die zwei Parts. Splatoon 2 wurde komplett beendet ab Part 11. Und Minecraft wurde beendet in dem Zeitraum. Und es gab einen kleinen Fortnite-Stream. Und ja, Streams müssen wir gar nicht reden. Die kommen überhaupt nicht gut an. Drei bis vier Zuschauer maximal. Das lohnt sich nicht dann irgendwie zu streamen. Ja, und zu den Videos. Die nach den News, die kamen dann noch so fünf Likes. Das ist okay. Von den Aufrufen war es dann auch noch okay. Aber ab dem Splatoon 2 Online-Stream nichts mehr neu. Zehn Aufrufe, keine Likes mehr. Und Entschuldigung, dass ich jetzt so viel über Likes rede, aber wenn ich mir Mühe gebe für die Videos und Thumbnails, die ewig brauchen, seit ich das neueste System da habe, ist es halt scheiße, wenn es keinen juckt. Und wenn ich sehe, dass da ein paar Likes sind, dann bin ich glücklich und habe Motivation, ein neues Video aufzunehmen. Und das habe ich jetzt gerade nicht und das ist halt blöd. Vor allem, wenn jeder Like nur von mir ist. Ja. So, allerdings muss ich auch nicht sagen. Zwei Minuten Wiedergabe dauer. Ja, gut. So viel, dass ihr so viel, so lange meine Videos guckt, ist natürlich auch krank. Und. Ja, Abos habe ich auch tausende verloren gefühlt. Ich habe eindeutig 200. Ich habe beste Konjunktur. Die sind sehr aktiv, das muss man schon mal sagen. Die haben die ganze Zeit irgendwie ein Leben und haben anderes zu tun. Sorry wegen dem Geräusch. Aber mein Scheiß, Popschutz muss halt die ganze Zeit rumquietschen. Leider sind die Ferien jetzt auch vorbei, deswegen ist meine Motivation auch scheiße. Montag ist wieder Schule, jetzt habe ich zwei Wochen nichts gemacht. Glückwunsch. Und jetzt zeige ich mal hier mein Word raus, damit ich weiß, um was ich reden muss. Eigentlich hätte ich es halt hinter mir gehabt, aber ich muss es ja verkacken. Ja, wie gesagt, niemand von euch interessiert sich für meine Videos. Das finde ich schade. Und deswegen habe ich auch wenige Motivation und sonst kommen auch irgendwie keine neuen Leute. Ich kann machen, was ich will. Kein YouTube mag mich nicht. Das will nicht, dass ich dann... Ach, komm. Okay. Ich finde das Rasten. Und übrigens, ich versuche gerade wieder einen Greenscreen im Hintergrund zu haben. Mal gucken, ob es läuft. Ich bin mir noch nicht sicher. Und. Ja, ich habe Splatoon 2 beendet. Mein Kampf ist auch beendet. Das heißt, es kommt nur noch erst. Nur mal geht es 2 als Projekt. Das muss ich jetzt oft bringen. Und das ist halt scheiße schwer, das zu bringen. Weil es dauert. Ich muss so viel machen, um das aufnehmen zu können. Ich bin immer sehr am Emulator. Und ich muss für die Sensor bei der Wii U die ganze Zeit anlassen. Im Wii-Menü und so. Fernbedienung verbinden. Bla, bla, dies, bla und jenes. Alle Einstellungen richtig haben. Und dann 2 Parts aufnehmen. Weil das ist sonst böt. Und ich habe wenig Motivation zum aufnehmen. Ich weiß keinen Jogd, was ich mache. Das hat nämlich immer scheiße schwer, dieses dumme Projekt zu beenden. Und. Die Streams kommen auch mega schlecht an. Das habe ich ja schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ich streamen noch überhaupt soll. Wenn es keinen juckt. Und ja, ich versuche gerade alle Projekte zu beenden, damit ich mein neues Granalsystem einführen kann. Ich weiß nur nicht, ob ich das mache. Weil wenn die nächsten Videos genauso ankommen, dann lohnt sie es nicht. 5 Stunden dann ein Video zu schneiden nach SMG2. Weil da wird es da auch jetzt noch hier irgendwann mal ein Tennis Aces Demo-Video geben. Was zum Style geschnitten ist, wie ich es dann auch machen werde nach SMG2 und zwar jedes Video. Damit ihr das schon mal wisst. Und irgendwie habe ich jetzt gerade alles runtergerattert. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Und ja, schaut auf jeden Fall das Mauer-Tennis-Aces-Video dann an, falls irgendjemand diese News hier anguckt. Das wird dann nämlich genauso geschnitten wie meine zukünftigen Videos. Mal gucken, ob es euch das gefällt. Und dann könnt ihr ja vielleicht mal ein Like da lassen. Das wäre sehr, sehr lieb. Und ja, ich bin auch in letzter Zeit wieder ein bisschen aktiver auf Twitter. Da könnt ihr mir auch folgen. Auch wenn Twitter ganz viele Accounts gelöscht hat in letzter Zeit, weil die alle unter 16 waren. Bei mir nicht, weil ich 16 bin. Ich kann es halt. Und ja, ihr könnt mir auch folgen auf Twitter. Das würde mich freuen, weil ich da relativ aktiv bin. Ja, auf Twitch habe ich ja auch irgendwie einen Streamer gemacht. Das hat keinen Sinn. Das lass mal. Und ja, auf meinem Discord-Server geht ja auch nichts ab. Da kommt auch kein neuer oder so. Das ist auch wieder geil. Nur bei mir und Pepe geht nichts ab. Aber auf jedem anderen Server geht was ab. Ist klar. Natürlich. Und wenn ich jetzt irgendeine Aufnahme wieder nicht läuft, ich raste aus. Gut, das läuft alles. Diesmal nehme ich meine Stimme auch zweimal auf, damit ja alles, damit ich wenigstens einmal was habe. Gut. So, deswegen ist meine Motivation für diese Tiger-Menus die ganze Zeit schlecht. Ich will jetzt mal, wie Jakob immer raushauen hier. Der hört auf mit Videos, weil bei ihm angeblich die Videos nicht gut ankommen, obwohl die mega gut ankommen für mich. Meiner Meinung nach. Und ja, meine Videos sind ja auch alle nur 14, 15 Minuten. Ich mache die ja extra so kurz, damit man sie angucken kann. Aber irgendwie guckt es ja niemanden. Aber es ist auch geil, wie bei jedem so richtig warmes Wetter ist und bei mir nicht, weil ich im Keller bin. Und ich kann hier langärmig chillen. Gar kein Problem. Draußen ist halt echt gutes Wetter, aber können wir auch rauszuhalten. Keine Zeit. Und ja, Ferien sind jetzt vorbei. Das ist nicht gut. Jetzt darf ich wieder in die Schule. Yay. Ich liebe mein Leben. Mein Leben. Ihr hattet ja voll viel, hatten ja gar keine Ferien. Das finde ich lustig. Dafür habt ihr alle von früher Sommerferien. Glückwunsch. Und. Genau. In den Ferien habe ich, was habe ich in den Ferien eigentlich gemacht? Ich war fünfmal Fahrschule oder so. Denn ich habe das nämlich auch bald durch. Noch drei, vier Wochen. Dann habe ich viel Überschein hoffentlich, wenn es gut läuft. Und. Auch viel mehr habe ich in den Ferien nicht gemacht. Best live, oder? Ich mache sehr viel mit dem Ferien, muss man schon sagen. Und das Beste ist, morgen bin ich auch den ganzen Tag weg, am letzten Ferientag. Ja. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass in Zukunft vielleicht wieder ein bisschen mehr meine Videos anschauen. Das würde mich sehr freuen, weil ich gebe mir halt so viel Mühe und deshalb will, wenn es dann jemand juckt. Vor allem mit den neuen Thumbnais. Ich habe gedacht, das bringt dann mehr. Stimmt, das hat die neuen Thumbnais. Gut, die neuen Thumbnais sehen 500 Mal besser aus als die davor, aber. Jetzt habe ich gedacht, ja, da klickt man auf jeden Fall drauf, weil das Thumbnais ja beste ist. Irgendwie nicht. Naja, egal. Ich hoffe mir, dass nach Sommergleichs zwei meine neue Videos dann vielleicht ein paar neue Leute dann geben. Dann, wenn die Videos dann gut ankommen, kann ich ja auch dann mal streamen versuchen wieder weiter. Weil ich mache jetzt auch keine Streams mehr richtig, weil es juckt ja gerne. Und ja, meine News sind zweimal sehr kurz, weil ich irgendwie keine Ahnung warum. Ich weiß halt echt nicht. Ich habe vor vier Wochen die letzten News gebracht und weiß irgendwie nichts zum erzählen außer die Videos. Dass die so schnell ankommen, dass das abfuckt. Ja, auf jeden Fall, das war meine Meinung. MK Deluxe habe ich gesuchtet. Das kommt auch gerade im Hintergrund. Das habe ich sehr viel gesucht in den Ferien. Ich habe jetzt jedes Goldding freigeschaltet. 5000 Münzen, Goldkleider. Ich habe gespiegelt und 150 durch mit jedem über einen Stern mindestens. Deswegen habe ich das Goldcard und Goldreifen, weil ich Zeitfahnd durchgesuchtet habe. Gut, so viel hätten wir dazu. Ich habe jetzt alles freigeschaltet in MK Deluxe. Das finde ich gut. Und ja, das Martinis-Aces-Demo-Video kommt dann noch. Das solltet ihr euch alle anschauen, damit ihr wisst, wie das dann wird später. Ich habe gefühlt, ich rede gefühlt viel zu schnell. Kann das sein? Eventuell. Ja, und in vier Wochen muss ich auch wieder so eine dumme Präsentation in der Schule halten. Juhu, Pech, Dink. Ich werde zu sterben. Ich mache Party, wenn das vorbei ist. Und ja, ich hoffe, wenn ihr bis dahin geschaut habt, dass irgendwie keiner haben wird, vielleicht. Also auf jeden Fall ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Danke fürs Zuschauen. Das waren jetzt die News nach vier Wochen. Kurz zusammengefasst, alles was ich jetzt sagen wollte. Und wie lange ist die News jetzt? Circa? Ja gut, es passt ja, zehn Minuten. Und ja, schau mal, wie die nächsten Videos ankommen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht, wenn es dich juckt, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Tag und Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.